MEINE MACHT IST ERWACHT! Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er zu Worten. Das ist mir schon dazu. Das soll mich nicht vertreiben. Es schlägt durch. Ich verstehe nicht. Das ist mir unter anderem. Ich gehe nach Learner. Das ist nicht. UNTERTITELUNG Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkungen besorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder sterbliche. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ich hab nen Sklaven um Gnadewinseln hören. Der hat um sein Leben geflägt. Noch eine Auge. Hux! Es kommt mir so falsch vor, die Mensch mit ihren dreckigen Fingern an das Volk herrscht. Ich hab' den Kopf abzulassen. Irgendjemand muss die Art der Fakte ausgraben. Der dunkle Herrscher will sein. Jeder Sklaven, wenn ihr die Flucht baut, soll er was sein Kerben. Sieht ihr in den Kraschlein? Habt ihr das Gehirn? Werde euch strafen. Ihr dachtet wohl, ihr wärt schrill genug. Kein schwächlicher Mensch kann einem Uruk entfliehen. Töte dich! Töte dich! Lass ihn zurück! Mane! Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Gib ihm den Schädel! Schneidet ihn, Stütter! Oh, ich töte dich! Niemals! Ein neuer Versuch! Ein neuer Fehltritt! Töte dich! Töte dich! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hürgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Wir verlieren die Abflug. Nichtwiderstandskämpferplan. Nichtwiderstandskämpferplan. Nichtwiderstandskämpfer должен sein. Das war's für heute. Ich hab ein paar... Feine Kämpfe erlebt. Doch jetzt wird es Zeit für einen Re...